ich meine war es das mit den fragmenten ist waren nur drei ja das genau ist offiziell mit dem fragmenten gleich wenn du willst noch mal zum sandsturm machen wir zurück drauf und denen das anbieten zum verkaufen wo sie das zum zusammenstellen ja ich wollte erst mal noch mal hier umklettern ja das machen wir das machen weil ich möchte noch was gleich mal kurz was sein das ist ganz cool wenn da da soll er noch nur sind dann klettern in einem anderen klettern sonst sind wir belastet wenn man ja was nur feinbar beim ersten neunfalten oder natürlich der dud wollte wieder nicht über die kante springen kennt man ja so jetzt aber so herr wo bist du denn hier hat darum es wie ich dann aber sie bestanden habe wo ich das erste mal dieses fichter gesehen habe ja so herr wo es glaube ich ja nicht weil ich glaube ich auch nicht oder treppe doch nicht wenn man die treppe das sieht aus das sieht aus als wäre was hier ist nichts ok muss ja mal gucken ja genau gleich oben war es nicht dein ernst wer bist du denn kollege hat er irgendwas was das war ein ehemaliger leguan ein ehemaliger leguan hier ist hier ist was habe ich direkt getan rippie willkommen to the jungle nee zuhause was ich habe immer noch ein ladebildschirm zuhause ich bin hä ist das achso da ist ja kann man kann man machen nicht auf diesen weg zurück oder was du kommst auf diesen weg auch zurück du kommst auf diesen weg auch zurück du musst dann wieder runterklettern und andere seite hochklettern müssen wir ja nicht nö ach guck an das ist ja nicht so lange drin weil das das ist seitdem so ah ja das ist die treppe hier ist seitdem schon weil ich bin ja immer komplett als abgeflogen ne ne ach mir ist sehr kalt aber leider hat das hat das zu leidlich also wenn du durch den durch den mund eigentlich durchläufst kristallig freigeschaltet der durchgang was war mit anziehen na klar schief naja du hast jetzt gleiche wenn du durch den schädlichen siehst ja durch sie ja dann bin ich ja gleich zu hause ne ja das ob ob sie das neu ist oder gleich gleich steht das gleiche ja ich glaube ja 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 ich schaffte es ja auch so guck mir mal dorst hat er tut trinken wir einen schluck und noch einen schluck und dann essen wir noch einen schluck dann sind wir noch nichts ich trinke ein getränk und esse einen geäst schönen schlucken mit aus mendys med eagle paradies nicht richtig hallo herr rüstungsmacher so der große damm mal wieder entdeckt das kalt für schlager mal wieder entdeckt ich verspüre eine gewisse redundanz ja ich bin schon ein bisschen weiter was habe ich was verpasst oder was da ist da hier ist der der post mit liam ne hier müsste liam sein ganz wach das stimmt er wandert darum hier ist das buch büchlein was lernen oder neuere zerstört was dann machen hier auf dem macker wesse das opfern ganz hier oben dann gehen es kürzer acht der feine herr das kürzer was ist gut so 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 naja so viel kürzer doch eigentlich schon hier vorne ist gleich fettys haus mit ihr kleinen kleinen wachposten vor der tür ja kleines haus voll die mietkaserne ja ja also gut da brauchst du keine angst haben wenn du da ein drachenkopf dran hängst dass es dir vorne umfällt da war haben wir ja jetzt hier so ne was habe ich denn so das ist die tue schon ein wieder tabulator schittin hammer das haue ich mal hier in den mahlstein so da die drüsen kann man hier mit rein tun ist noch platz ja so und sekret kann da rein das kann da rein die behalte ich das mal hier rein jeder brauche ich auch nicht hier rein und das köpke das hauen wir in die kiste nein da hat man noch gar nicht cool den schuhschnabel kopf so ja dann wollen wir den stein zusammensetzen lassen oder was können wir machen ach du du spielst mit den wölfen ja ja da war es ja ab dem stund noch erstmal bei so viele obelixen habe ich noch nicht das ist das 3 mal gucken wo das war ne war ja irgendwo da so ne da so weit hat das ist richtig blühwürmchen was das war nicht doch das war okay ich will weiter als beim letzten mal aber ich schaue gleich mal nach ja aber erst nach dem dorster ja direkt dann auch das ladebildschirm und wenn ich von diesem abgrund da weg bin so hohen level 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 52 immer noch ja ich hab natürlich schon wieder doch ich hab ich hab dabei alle kärchen nice sie wurden so sechlier wie die wieder eine gewohnt ich gehe mit meiner laterne und das mal wieder nachts ja am tag braucht es auch keinen sinn so also zurück in die höhle den dude interviewt ja man ist damit ich bin weißt du noch als wir hier gebaut haben wir hatten wir doch gesagt das bleibt eh nicht lange zwei tage später waren wir ja genau hier sind so die pro gamer weißt du ja wie hast du auch gesagt ja ich gehe mal kurz offline nächsten tag statt das haus richtig ja genau ach so das ist der fuhrpark hier äh von alponelfe ja ja hatte mich gerade gefragt wie kommt ja erst wenn sie ihr pc fertig hat oh ja jetzt sagt sie der läuft immer kunden läuft aber noch nicht richtig flüssig naja aber sie weiß schon dass es hier ein zerfallsystem gibt ja sonst 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 die kann ja auch schon gleich ja ich weiß ja zum Norden naja der wird für sie halt wenn das sie bald alles verfällt dann kann sie eh hoch musste musste den Typen erstmal massieren gerade besser ja b ja 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 dass sie alle so unzufrieden sind hier ja mhm ja sie kommt jetzt durch so da bin ich wieder welcome back mein Essen ist fertig oh wo ist sie essen wo ist sie du als reiseführer ja kann man davon eigentlich leben was ist ich sage du als reiseführer kann man von diesem beruf eigentlich leben naja das geht ja das ist wie bei den Gynäkologen ne man muss halt Abstriche machen ja mein Gott ja doch du da wo das herkommt da ist noch viel mehr kommt ein Cowboy vom Friseur ist sein Pony weg ja mhm 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 kann man nur ertragen in kombination mit der katze ja du brauchst du immer zum gegengewicht ja ja nicht dass sie kommen aber wann sie wann sie kommen weiß achte vor die beiden hören oder sieht man es ja doch mensch noch zwei dreimal der weiß ich ja scorpion so wind of change weisse kopf ab das verändert einiges lieber kopf ab als abend lieber guter weihnachtsmann heilung beendet da muss ich mir oben gleich mal reinwerfen also ich glaube das interessiert die nicht so jetzt aber hier so in so ein süppchen eingeworfen ich habe kuchen mitgebracht stimmt nicht aber das er nicht so da hinten steht doch irgendwo der heilige dud des sandes der sand fetisch ist ein sand fetisch ist nacht herz der sande für trallala abgebrochen so jetzt habe ich hier ein herz der sande ja herz ein herz wie sollte das erste fragment zum abmachen des armbands erreicht mein leuchtstab ist kaputt ist aber nicht so dunkel ist ja gar nicht mehr aber okay sie werden mit dem nächsten freien mitarbeiter verbunden schön dacke schön so sozusagen hast du das erste fragment fertig richtig so überlege ich mir mal was könnten wir eigentlich dann die nächsten mal machen normal aber da war ich das blöde ist halt du bist hat leider noch nicht 50 das dauert noch ein bisschen was steht bei dir in den reisefortschritten was finden geht da da kriegen wir das da irgendwie noch müssen passt pass auf ich erzähle ich erzähle dir mal was über reisefortschritte ja ich sehe sie nicht weil da ist die karte drüber reise reise seemann reise ein feind in eine falle locken wasser aus einem brunnen trinken durchdringen durchdringen ein feind bluten lassen das müssen wir alles oben machen wir ja armband ab dafür wie die umfallen wie nasse säcke so ein veganes kräuterstäbchen ganz kurz genau genau wie das wasser das neben mir steht mit veganen zusätzen in meinem ist hopfen drin du wurdest getötet durch dir und du kommst du nicht rein ja der spruch ist auch gerne durch dir halt doch ich weiß wo dein haus wohnt na hier in norden an tümpeln ne so für dich du guckst sehr interessiert auf die gerberei ja ich wollte doch alles für dich vor für deinen nächsten freisefortschritte die lampe kann aus ach alter jedes mal nach jedem ladebildschirm bin ich halbtot ja das ist doch kein grund zur veranlassung leider schon bin ich schon so und hab mir schon abolieren stückchen schlückchen trinken gehen so haben wir den brunnen irgendwo wir nicht aber 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 ich weiß wer einen hat ja wer denn sandy sandy tatsächlich nicht leid das ist einfach mal über das klar dass man über das tor geht oben bei ihr vorm haus lassen boden das ist doch nicht um die ecke doch das ist ja merke das ist ja bei kaos mund war sie dann unser see an wie kann die es auch ganz sein das ist doch leider ist doch hier an der grenze wüste ja noch nicht richtig da um ecke ist anders das ist so eine ecke das ist also in augen würde ich mir jetzt zu fügelchen schnappen oder gut ich ich gehe ich gehe da mal hin ja da dann ja sie nicht wahrscheinlich aber irgendwie wo Was will you do, Exile, when there is nothing left but to live or die? Now that you've chosen, what will you become? Now that you've chosen, what will you become?